Hallöchen und Willkommen bei der dritten Folge von Beverage Pong. Diesmal bin ich mit dem Table Tennis Gamer zusammen und da hinten Dennis und Leon und wir werden gewinnen. Jetzt direkt mit einem Wurf werden wir alle plätten. Okay, pass auf. Schönen Anfang. Wir werden gewinnen. Ja. Wir haben alle gilt. Machen wir den ersten hier erstmal? Ach, das ist halt. Ja, ein schöner Start würde ich mal sagen. Ich dachte, hier steht noch einer. Warte. Der zielt schon perfekt. Achtung, er locht jetzt ein. Und der geht wieder außerhalb. Der kommt! Nein! Wie knapp! Na, 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 na. Ja, ja, ich warte. Mein Gott. Du wartest Lazy's first. Shit! Ey, das wär's jetzt gewesen, weißt du? Direkt den ersten rein. Pass mal auf. Leon wird eh keinen treffen, weil er es nicht kann und Dennis, hm. Schönen Tag. Er rechnet jetzt. Nee, nee. Mit Ankündigung TT direkt vor dich. Nein, Leon, Leon. Nein, nein, nein. Nein, nein. Leon, Leon, du warst da rangebackt. Ja und, ist doch egal. Es wird Zeit. Fremd ist drin. Okay, warte. Ja, wer sagt, dass ich dich nicht treffe hier? Äh. Ja. Ja, ich könnte jetzt hier auch hier so, ne? Und so. Ja, weißt du, ich hab mir jetzt noch irgendwelche Hacks installiert, damit ich hier fünf Wände hochklettern kann oder sowas, ne? Äh, warte mal, der holte hinten gleich einen Zollstock raus und bis dann fliegt. Der hat wahrscheinlich so einen Laser in die Wurfbahn zu berechnen. Nein! Ganz knapp. Weißt du? Du? Na, ich. Wie so in den ganzen Shootern, wenn du so eine Granate wierst, da wird dir auch immer so eine Wurfbahn so angeteilt, ne? Hat er auch so. Das bräuchte ich jetzt eigentlich. Hab das. Ja. Oh mein Gott. Ich zittere. Ne. Äh, nein, 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 nein. Doch. Immer dieser Leitertrick. Ne, Quatsch. Wo ist der denn hin? Außerhalb der Map. Achso, ich denk so. Hä, warum werde ich nicht teleportiert? Warum werde ich nicht teleportiert? Gut. So. So. Alles klar. Jetzt aber mal hier. Trifft den nochmal dahin. Kevin, was ist mit dir? So. So. Jetzt aber. Der geht, der geht, der geht. Das hab ich im Gefühl. Jetzt hab ich im Urin. Ah, nein. Wolltest du was sagen? Der steht zum Urin. Ja, ja klar. Hochgebracht. Das ist genauso wie Leon das vorhin gemacht hat, Dennis. Du kannst nix sagen. Perfekt. Genau. Ah. Ja, ja, ja. Da ist er wieder. Hey, wir führen. Wir führen. Da ist er wieder. Da hat er wieder, den, den Finger hat er da wieder gefunden. Den Finger. Ihr werdet verkacken. Ganz eindeutig. Ja. Bin ich auch für. Ja. Nein. Direkt rein. Ich stand drauf. Ich stand bestimmt drauf. Dieser Spark. Boah. Und jetzt. Lady first. Ach, Kongrafter, ey. Das dürfen wir uns nicht geben hier. Das ist ja doch klar, Mann. Wir gewinnen das jetzt. Ja. Klar. Table Tales Gamer gewinnt immer. Das ist ja immer gewonnen, ne? Ja. Unglaublich. Aber letzten, letzten, knapp in der letzten Folge. Knapp. Ja, das ist Nervenstärke. Gewonnen ist gewonnen, würde ich nur sagen. Das ist Nervenstärke. Das ist Aimbot. So. Hat ich gewonnen. Den Bot an. Oh, ganz schön. Nein. Nein. Falschrichtung. Nein. Shit. Heute klappt das nicht mehr so gut. Ist ja auch. Weil wir am anderen Tag aufnehmen. Oh, oh, oh. Der ist lang. Nein. Genau rein. Oh, nein. Genau rein. Shit, Alter. Da. Oh. Oh. Solche Intelligenz-Bestien. Hey, wir haben welche gekriegt. Ja, also. Da ist auch ein. Doch. So. Wisst ihr auch noch, wie das geht? Ja, holt den Zollstock raus. Pass auf. Ja, von wegen. Genau so. Alter. Warum? 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 Der zeigt. Ah, nix. Shit. Das ist nicht meine Stunde. Ist eigentlich Optifine erlaubt oder verboten? Warum? Was soll da Unterschied machen? Ach so, wegen Visieren meinst du? Ne, Visieren gibt es nicht. Ne, das müsste gehen. Hä, das bringt doch gar nix, oder? Ne, ich glaube ich nicht wirklich. Weil wenn du Optifine hast, du zoomenst den Hintern rein willst, bist du im Blauen. Da kannst du ja auch so keine Punkte merken. Ah, das sieht, glaube ich, diesmal übel aus. Das wird ein interessantes Match. Ne, da ist es leider nicht. Ich dachte schon. Nein, nein. Das gibt's doch nicht, ey. Das gibt's nicht. Extremer Vorteil auf Seiten der anderen. Der entscheidet das ganze Spiel. Der braucht mich überhaupt nicht, der ist so gut, der braucht mich nicht. Ja, ich kann aber nur die hinteren, die vorderen sind jetzt schwerer. Ja, das stimmt. Ja, weil hinten, weil die Kugel ja auch nicht viel weiter fliegt. So, oh, komm ein bisschen schneller. Ich muss Aim-Botten. Ne, der ist nicht, der ist nicht. Nein, ach, das war aber knapp, das war aber übel. Ja, endlich mal wieder, ey. Was ist denn los? Nein, boah, ich vergesse es immer wieder. Ja, von wegen Intelligenz-Bestchen, gell. Ja, hier fängt das schon wieder an, ich merke das schon, gell. Hör mal, wie steht das jetzt eigentlich? Drei, fünf für uns. Also, die fünf, wir drei. Ja. Oh, oh. Wir müssen extrem aufholen. Der war viel zu weit, Junge. Was? Ey, ohne Spaß, ohne Witz jetzt, ne? Ist das dein Ernst? Ich kann nicht sein, dass der jeden reinmacht, ey. Ich bin so froh, dass er grad bei mir im Team ist, ne? Ah, verdammt. Ich bin auch zu schnell rein. Ich find das gar nicht lustig. Das ist nicht mehr witzig hier. Na doch, ich schon. Ich find's lustig. Der geht. Nein. Ach, immer so. Oh, das war jetzt wirklich nicht klapp. Moment, ist der hintere an der anderen Leiter schon weg, ja, ne? Ja, die sind alle schon weg hier hinten. Außer der da hinten. Außer der ganz hinten, ne? Dann versuch ich mich mal an dem. Ganz, ganz hinten. Hier, vielleicht, wenn du hier so einen Bohrer drum hüpfen siehst, vielleicht triffst du dann eher. Ja, der trifft. Ne. Doch. Doch, doch, doch. Hochgepackt. Ja, ich stand da, ne? Also... Warten. So, und weiter geht's. Yep. So, mein lieber Dennis. Jetzt werd ich dir mal zeigen, dass ich das nicht kann. Oh, 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 oh. Das wird richtig böse enden. Er hat noch zwei Vorsprung. Und wenn der jetzt weiterhin jeden trifft, dann sieht das echt kacke aus für uns, Mann. Mm-mm. Concrofter trifft das Scheißding. Boah, ey. Ohne Kacke. Ohne Spaß. Da wollt ich grade auch rein, verdammt. Da geht die Welt unter bei mir. Und jetzt bin ich wieder. Hier. Wow. Ja, sauber, 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 sauber. So sieht das doch gut aus. Los, geh zuerst rein. Gut. Ui, 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 ui. Danke, danke. Boah. Mal schauen. Oh, jetzt müssen wir jeden reinmachen. Sonst wird das echt eng. Ja, dann fang schon mal an. Ich will so einfach. Moment. Wenn der letzte steht, rennt er zu dem Reset-Button und dann so. Uuu. Na klar. Sauber. Da wollt ich auch drauf machen. Da muss ich meinen umswitchen. Umswitchen. Ja. Zollstock umlegen. Ja. Warte. Ja, ich messe gerade mit dem Lineal. Ja, der sitzt so vor dem Bildschirm mit dem Lineal. Geodreieck. Oh, der Winkel. Bla, bla, bla. Ja. Ah, Sinus mal Alpha. Sollte gehen. Ja. Nee. Da hab ich schon aufgerechnet. Fast Gleichstand. Aber nur fast. Dennis. Wie schon gesagt. 4-3 nur noch. Boah, aber die... Moment, wer hat angefangen? Wir, ne? Ja. Ja, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Boah. Dieser Dennis. So, egal. Wenn wir jetzt beide reinmachen, haben wir einen Gleichstand. Wenn. Wenn. Wir machen beide rein. Da gibt's jetzt gar kein Wenn oder Aber. Mach mal zuerst. Ich? Ich brauche aber so 8 Stunden jetzt. Warte ab. 8 Stunden. Ja, das Geodreie kannst du auch mit Tesafilm am Bildschirm festmachen. Das geht noch. Vor allem von hier siehst du aus, wenn ich dich so filme, dass du dich gar nicht bewegst. Das sind, das sind Millimeterarbeiten, die hier vorrichtet werden. Ich finde, dass das lustig aus als Morat direkt hinterm T-Tenema gestanden hat. Weißt du, oben guckt der Bart noch raus von dir. Auf geht's. Der trifft. Der trifft. Niemals. Nein! Die Ecke! Die Ecke! Die Ecke! Die Ecke! Ich muss uns jetzt retten hier. Die Ecke! Nein! Oh, die Ecke! Ja, die Ecke! Die Ecke! Ja, die Deke mit der Ecke! Der Joghurt mit der Ecke! Ecke. Hör mal, That kann doch nicht sein hier. Das sind die Demps. Da wissen wir mit ihr gezogen. Das sind die Demps. Das Martine ESDENNS. Die Euer diligent. Der叔anta extra hat das auch echt drauf. Oh! Der war ein bisschen weit. Ich wollte nicht auf die Höhe hier eigentlich. Der Spark haltet drauf. Der Spark haltet drauf. Und einlaufen. Nein. Oh, oh. Das holen wir noch auf. Was ist los? Das holen wir. Das wird jetzt evil. Das Wunder von Bern, pass auf. Was hast du gerade eben in der Pause geraucht? Kannst du mir das bitte auch mal geben? Er hat Aim-Bot angemacht, ey. Ach nee, warte mal. Cheater, Alter. Ich freue mich schon auf mein Eis, deswegen beeile ich mich so. Ach so. Was war das denn für einer? Ja, ich werde, das ist doch einer. Wenn du das jetzt reingetomen hast, das ist jetzt überall so kristallisiert. Und so was, ne? Ey, der war wieder an der Seite. Was für eine Scheiße. Jetzt kommt Matchball. Dennis, du hast als erstes Interesse, nämlich warum ein Mikrofonständer fällt mir gerade entgegen. Was ist dein Ständer fällt gerade? Mikrofonständer. Der ist mir gerade so richtig ins Gesicht gefallen. Dein Ständer ist dir ins Gesicht gefallen? Mikrofonständer. Tut mir leid, ja. Ich beherrsche mich. Shit. Oh, nee, jetzt kommen wir. Mist. So, lochen wir gerade mal ein. Aber ich sage, ich treffe nicht. Ja, ich treffe auch nicht. Das ist nämlich... Nee, niemals. Sauber, sauber, sauber. Aber der Minecraft-Bucket hier, ne? Der sehen wir da. Der locht jetzt ein. Der hat da immer seine... Ja, nein, der hat immer seine... Ja, sie did it. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe jedes Spiel zu verlieren. Hast du jetzt jedes verloren? Ja, das ist bitter, Mann. Einfach richtig knapp. Theoretisch hätte ich ja Bock auf noch eins. Keine Ahnung, wie das jeder war. Ja, ähm... Wer hätte ich auch für, ne? Nur, wir haben keine anderen Teams mehr, die wir nehmen könnten. Ja. Ist doch egal. Jetzt können wir... Komm, ich mache nochmal einen TT zusammen. Nein, jetzt verkacken wir aber übel. Naja, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Denkt man schon, jo. Genau. Bis zum nächsten Tag kommen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.